So, hey Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Java richtig für Minecraft Forge Programmieren einrichtet. Und ja, das ist relativ einfach. Für Forge brauchen wir noch das Java 8, das JDK 8 und das JRI 8. Wenn ihr das JDK runterladet, lädt euch das automatisch das JRI runter, deswegen müsst ihr nur das eine runterladen. Neuere Versionen könnt ihr später installieren, im Moment funktioniert das leider nicht, denn das Forge Gradle hat da ein paar Probleme mit. Deswegen nimmt einfach noch das Java 8 her, damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gut, dann akzeptieren wir die Lizenz und laden das für das richtige Betriebssystem runter. In meinem Fall ist das Windows X64. Einfach runterladen, Datei speichern und dann eben ausführen. Den Installer werde ich euch jetzt nicht zeigen, da müsst ihr einfach auch weiter, weiter klicken und so weiter. Gut, damit habt ihr dann Java installiert, das installiert euch dann die richtigen Sachen zum Programmieren auch. Super, das Problem ist nur, es wird nicht alles richtig gesetupt und zwar die Environment Variablen oder die Umgebungsvariablen werden nicht richtig eingesetzt. Das braucht aber Eclipse und Forge Gradle, sonst funktioniert das nicht, deswegen machen wir das noch schnell. Das geht relativ einfach, wir suchen nach Umgebungsvariablen. Umgebungsvariablen und zwar Systemumgebungsvariablen am besten, gehen dann auf Umgebungsvariablen und hier suchen wir nach der Path Variable, die ist hier. Die öffnen wir und dort muss einmal das JDK und einmal das JRE rein. Das geht relativ einfach, wir suchen wo wir das installiert haben, nur weil es das unter der Hauptfestplatte Programm oder Programme x86, Java und dann zuerst das JDK. Da kopieren wir uns den BIN-Folder hier raus und fügen den hier ein, das habe ich schon, deswegen lasse ich das. Das gleiche machen wir dann mit dem JRE, gehen wir hier auch in den BIN-Folder und kopieren das rein und fügen das hier unten ein, das habe ich auch schon, deswegen lasse ich das. Dann gehen wir auf OK und jetzt brauchen wir noch die Java Home Variable, diese müssen wir auch noch erstellen. Wenn die noch nicht vorhanden ist, einfach auf neu gehen und Java-Home nennen, hier reingehen und da brauchen wir den JDK-Pfad und zwar gehen wir dann hier wieder in das JDK und dann ohne den BIN-Folder, das ist ganz wichtig, kopieren wir das raus und fügen das hier ein. Perfekt, dann können wir auf OK, OK und OK gehen, haben das alles richtig. Es gibt noch Probleme, also auf jeden Fall solltet ihr die Konsole neu starten, wenn ihr die offen habt und was wichtig ist, manchmal gibt es damit Probleme, dass das nicht überall geupdatet wird, dann solltet ihr den PC neu starten, damit dann überall die Umgebungsvariablen geupdatet wurden. Perfekt, jetzt brauchen wir noch eine Umgebungsvariablen, jetzt brauchen wir noch eine IDE oder Programmierumgebung, dafür gibt es einige Optionen, ihr könnt zum Beispiel IntelliJ oder NetBeans hernehmen, ich nehme in meinem Fall meine Eclipse IDE her, denn mit der komme ich am besten zurecht, ihr könnt natürlich andere hernehmen, das Problem ist nur dann, dass das Setup von Forge anders ist, deswegen solltet ihr eigentlich am besten Eclipse hernehmen oder sonst müsst ihr eben googeln, wie ihr das bei anderen IDEs sethabt. Eclipse könnt ihr einfach auf eclipse.org runterladen, geht auf Download, führt dann den Installer aus, den ihr dort bekommt und dann habt ihr es auch schon fertig, dann könnt ihr hier zum Beispiel in der Taskleiste auf Eclipse starten gehen und dann startet das. Wenn er startet, ist alles richtig, haben wir alles perfekt gesetupt und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video, wo ich euch dann weitere Sachen für Forge zeige und bis denn, ciao!